Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu diesem kleinen und spontanen Video. Ihr habt das schon vielleicht mitbekommen, am Samstag hatte ich nichts hochgeladen. Jetzt ja doch, aber eben nur ein kleines kurzes Statement. Ich habe im Moment echt einige Sachen am Hut, die ich noch zu tun habe. Ich meine, ich mache das ja entsprechend, dadurch, dass ich auch nicht so viele Klicks oder Abonnenten habe. Natürlich nicht vollberuflich, das denke ich allen klar. Und dementsprechend habe ich natürlich auch noch so ein paar andere Sachen nebenher am Laufen, Schule, Arbeit, diesen ganzen Kram. Jetzt bin ich dann tatsächlich auch erstmal gar nicht zu Hause eine Zeit lang und dementsprechend habe ich auch nicht die wirklichen Möglichkeiten, Videos zu produzieren. Genau, ich werde also, sagen wir mal, mindestens den gesamten Juni keine großen Uploads machen auf YouTube. Vielleicht mache ich noch das ein oder andere kleine TikTok-Video, aber wenn, dann wirklich nur sehr spontan und sehr klein gehalten. Also einfach, damit ihr Bescheid wisst. Ist jetzt so eine Art Mini-Sommerpause, so kann man es, glaube ich, nennen. Den Sommer über hinweg werde ich dann, also sobald Ferien sind, auch wieder mehr Zeit haben. Und dann werde ich auch wieder mehr Videos machen, zumindest die Videos, die eigentlich euch versprochen sind, und zwar Dienstag und Samstag um 18 Uhr. Genau, TikTok habe ich ja keine großen Upload-Zeiten, da mache ich, wenn ich Lust habe und wenn ich Zeit habe. Also, das war in der letzten Zeit wirklich eben nicht so ganz der Fall. Dementsprechend, ja, einmal kurze Entschuldigung dafür. Und genau, es wird in den nächsten Wochen, sage ich mal, zumindest ähnlich aussehen. Ja, tut mir leid, ist leider auch, ist nicht ganz ideal, sagen wir es mal so. Aber es wird auf jeden Fall bald wieder, oder sagen wir mal Mitte Juli ungefähr, vielleicht auch schon Anfang Juli, wieder richtig mit Videos losgehen. Und dann, ja, können wir uns ein paar nice Sachen angucken, können wir ein paar nice neue Sachen machen. Die Brickfilme muss ich auf jeden Fall weiter produzieren. Ich habe jetzt also, gut, den Mando-Brickfilm natürlich, der ja auf jeden Fall noch in Arbeit ist, wo ich jetzt allerdings auch länger nicht dran arbeiten konnte. Genau, und ich habe noch eine andere Idee, dazu noch nicht so viel Information jetzt. Also, es gibt auf jeden Fall noch ein zweites Projekt, was ich noch in Planung habe, wo ich schon fleißig Figuren gekauft habe, für die aufmerksamen Leute, die in den letzten Videos aufgepasst haben, werden, denke ich, wissen, welche Ära es zumindest sein wird. Ansonsten, ja, ich habe, wie gesagt, ich habe ja echt schon einiges hier hochgeladen. Schaut euch gerne die alten Videos vielleicht einfach an. Ansonsten, ja, würde ich sagen, macht es gut und wir sehen uns wieder, wenn ich wieder Zeit für euch habe. Genau, ja, bis dahin, macht es gut und ciao, ciao.